so erster test es ist noch dunkel draußen und wir gehen jetzt einfach mal zur post naja sieht doch gut aus finde ich die sonne geht gleich auf die ersten autos sind unterwegs schau mal ob das mikrofon auch gut läuft das ist schön hier oben unsere eisbahn schläft noch alles aber sehr gut und hier unsere wunderschöne altstadt von görlitz gerade am erwachen der kleine genehmigte weihnachtsmarkt ist glatt extrem glatt naja wie viel grad minus zwei verständlich aber ist es nicht romantisch so früh am morgen eine richtig schöne klare kalte luft und wir laufen erst mal zum briefkasten weil wir heute natürlich gutschein absenden dass die lieben die das bestellt haben noch vor weihnachten den handen halten können schade dass die sterne jetzt hier nicht an sind gucken wir mal zurück ja sehr gut glatt schläft noch habe ich den eindruck gucken wir auch mal rein ja super da gehen wir von der kamera da geht schön mit super oh der weihnachtsbaum und hier ist normalerweise alles weihnachtsmarkt die ganze altstadt normalerweise so der briefkasten ist hier drüben ist das nicht schön görlitz morgens halb sieben untermarkt in coronazeiten 2021 jetzt klingelt mein telefon jetzt schaut mal hier mal ab sowas oder founder w